neun moin und herzlich willkommen zu einer weiteren mod vorstellung heute möchte ich euch die alpental remake vorstellen da sich kakipower29 bei mir gemeldet hat und mich mal gefragt hat ob ich für die karte ein kleines video machen kann selbstverständlich wir legen los aber erst nach meinem intro so und da sind wir auch schon wieder musik keine schlechte idee jetzt also wir sind hier auf dem hof also man hier alles ja ist gut füllstation ok schick die gülle was haben wir hier alles verbaut was haben wir denn hier alles verbaut na kuhbestand schafbestand hühner wir haben sogar eine schweine zu oft wo haben wir die schweinemast na da haben wir acht da ist ja die schweine die wutze nur hier dann wahrscheinlich die kühe nehme ich mal an ja und wo sind jetzt hier dann die schafe schon mal die zwei silos wo haben wir die schafe ach da unten na da werden wir jetzt mal hier fahren nochmal einfach mal in den nächsten schlepper neu ja musik ist ja gut welche richtung fahren wir denn den link zu der karte werde ich euch selbstverständlich unten in die beschreibung rein packen sowie die mods was ihr dafür benötigt also sprich der map.trigger und der map ampel v2 jetzt wird das problem wie bei der anderen nein doch nicht gut da haben wir dann die schafe das ist gut das ist gut kann ich gut zu wissen was haben wir denn hier ach das ist wool collector oder wie auch immer das genannt wird sehr schöne texturen muss man muss man schon sagen gefällt mir sehr gut die bodentexturen fallen mir ebenfalls also muss man schon sagen na dann wollen wir mal wo haben wir hier den Händler ich denke mal dahinter müssen wir den Flaggen nach zu verteilen müssen wir dahinter ja da ist ja gleich schon mal eine tankstelle verbaut funktioniert das auch funktioniert das auch ok kann man hier machen fahrzeughändler aufrufen ach ah ok cool was sagt eigentlich unsere lok bis jetzt bis jetzt sauber also bei mir zumindest zeigt es mir jetzt an kümmern wir da die Leiter drauf das wäre nämlich ganz gut ne können wir leider nicht schade sehr sehr schade na gut schöne wasserfall was was haben wir hier überhaupt was ist das ach wahrscheinlich irgendwie so zum milch hinbringen würde ich jetzt mal tippen ja gut wir fahren jetzt einfach mal weiter und gucken uns einfach mal was schnüffelt uns ein bisschen die karte 60 na gut 60 schaffen wir sowieso nicht mit dem bock also reisenbahnschienen sind verbaut worden sehr schön dann haben wir hier die bga ja das sind so die bga hier ne die waage ja ok hm 4, funktioniert tut tut sie sogar auch noch schauen wir mal drauf wer es nicht gesehen hat na geht ja noch ok ja ja ich würde mal sagen hier fehlt was na was sind wir denn hier so komme ich jetzt hier nicht weiter irgendwas ist hier ah ok jetzt verstehe ich das ganze also das würde ich nochmal überarbeiten ähm sieht man ja schon das ist ja also wie gesagt das würde ich das würde ich definitiv überarbeiten also in der v2 ok sehen wir mal drüber hinweg ich denke er ist schon dabei die fehler zu bearbeiten oder zu beheben ich denke es ich weiß es nicht man vermutet das kai mal weiter hier haben wir ja die feuerwehr das soll ja angeblich hier eine sirene verbaut sein das würde ich jetzt einfach mal testen tor offen öffnen schließen tor schließen sirene funktioniert auch jo sie funktioniert das gefällt mir doch mal äh das gefällt mir echt das macht sogar vielleicht schon wieder das mit der BGA wieder gut aber nur vielleicht mal gucken was uns jetzt noch so erwartet weil ich habe mir die Karte noch nicht so angeschaut einfach mal gucken was es jetzt noch so gibt also ich finde die Karte recht schnucklig da ich ja sowieso auf eher kleinere Karten stehe und nicht so wie ich ja im vorigen Video erwähnt habe ähm nicht so auf die XXL super flachen Felder wo du da einfach mal im Endeffekt hier gib ihm stellst du die Stufe 2 an und gehst erstmal kurz was dir zu essen machen weil ne das gefällt mir dann doch nicht aber ich muss sagen die Karte hat Potenzial wie gesagt die kleinen den kleinen Fehlern der BGA würde ich generell jetzt schon bearbeiten äh beziehungsweise jetzt schon naja also würde ich jetzt definitiv bearbeiten ähm das würde ich mir auch sehr wünschen weil es ist eine recht schöne Karte ich geh jetzt hin hier hinter ok ok ja ok ja sehen wir mal drüber hinweg da sind wir mal drüber hinweg fahren wir wieder weg ok 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 Entschuldigung ok 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 heute haben wir doch noch grüne Welle das ist doch na na da ist nochmal drauf funktioniert der Tankstelle auch wohl das gefällt mir sehr gut nochmal weiter fahren Groß ist die Karte ja nicht, also kann man mal ein bisschen die ganze Karte abfahren. Wo geht es denn jetzt hier hinter? Gucken wir jetzt einfach mal. Ah ok, da geht es zu einem Tunnel, da können wir nicht durchfahren. Den Tunnel ja schon kennen. Und einfach mal wieder weg. Ja, was gibt es jetzt noch so zu erzählen, zu zeigen? Ja, ich weiß es selber nicht. Wir gucken einfach mal. Wir haben jetzt eigentlich schon fast alles durch. Oh, jetzt habe ich die rote Ampel übersehen. Na ja, ok. Gucken wir jetzt einfach mal da drauf. Ok, ich denke mal, das... Boah. Na, können wir da runterfahren? Ah nein, schade. Sehr schade. Ok. Unser Hände kommen wir wahrscheinlich wieder zu unserem Hof. Obwohl, da kommen wir wieder zum Hof. Ach komm, wir fahren jetzt nochmal zur Feuerwehr, weil es so schön war. Da ist der Kreisen. Also ich muss sagen, die Texturen, die gefallen mir auch sehr gut. Muss man schon sagen. Die Karte hat Potenzial. Wie gesagt, das an der BGR würde ich überhoben haben. Für die V2. Und vielleicht ein oder zwei Felder mehr. Weil mit neun Feldern, gut, ok. Ich finde es schnucklig. Man kann aber nicht so viel anfangen mit, sage ich jetzt mal neun Feldern. Ähm. Vielleicht ein oder zwei Felder mehr. Das wäre, das wäre, das wäre super. Ansonsten, Daumen hoch. Sagen wir mal 5... Ja. Sterne. Ja, ok. Ich sage jetzt einfach mal, wir geben 5 Sterne von 5. Ähm. Ja. Ok. Na? Hier flog ein Eisvolk mit einer Alarmierung für die Freiwillige Feuerwehrwegberg. Flächenbrand an der L32. Ich wiederhole. Flächenbrand L32. Ich flog im Eisberg entab. Hier flog ein Eisvolk mit einer Alarmierung für die Freiwillige Feuerwehrwegberg. Wenn man da vergisst, den Trigger auszustellen. Ja. Kai. Hm. Na ja gut, die Tür ist für große nix. Also... Ok. Aber gut. Denn, würde ich sagen... Danke, würde ich sagen... Kommen wir zum Schluss. Ich bedanke mich für die Karte. Ähm. Wie schon mehrfach erwähnt in der Karte. Ähm. Voraus... Das ist eine BGA. Würde ich... Ändern. Also sprich, dass da das jetzt angezeigt wird. Das wäre super. Ähm. Ansonsten ist es eine super Map. Ähm. Ähm. Die Texturen sind top. Die Felder sind top. Ähm. Das mit der Feuerwehr. Ist auch eine super Geschichte. Muss man sagen. Super Idee. Ähm. Ja. Was gibt's an und für sich jetzt noch zu sagen? Ah. Eigentlich generell nichts mehr. Bis dahin würde ich jetzt erst mal sagen. Macht's gut. Und wir hören uns.